So, und nun warten wir hier. Bitte? Hm. Ja, was tun, ne? Sind wir rein? Durfen wir nicht? Rein kommen wir nicht? Sonst kommt ihr auch nicht? Warte, bis das Fett auslaufen ist. Willst du einen Keks? Danke, ne. Nicht von dir. Stefan! Aber jetzt nicht gehen, das dauert nicht. Jetzt sind wir fertig, nur mit dem Lüfter. So, woher geht. Boah! Oh! Das war's für heute. Ja, der ist klar. Vielen Dank. Vielen Dank.